Ah, nicht so. Garantiert nicht so. So. Ey, ey, ey. Ganz schnell als ey. Wo ist das Scheiß, ey? Ganz am Ende. Ah, hier ist es nicht. Irgendwo eine Wand garantiert. Ich hab's nicht mitgenommen. Letzter Versuch. Irgendwo außen oder so. Da irgendwo außen. Keine Ahnung. Naja, egal. Ich werde den Multiplayer starten. Irgendwie bin ich jetzt raus. Ich hab Bock, das wieder mit dem Kopf zu spielen, wo der Kopf explodiert. Das war ziemlich lustig. Ähm... Stellen wir eins. Versuchen wir eins beizutreten. Oh, spielen wir. Wen spielen wir denn? So viel Auswahl. Dann wäre es kosten. Zufällig ist mir super egal. Graffiti, Funscanzen, Kürbiskopf-Elimination. Das war's. Ah, diese Oldschool-Musik ist schon ehrlich, muss man sagen. Eric Austin, Schuhe-Trick-Turnier. Das ist aber scheiße. Bin dem aber nicht abgeneigt. Ich kann mir die Spieler-Karte ansehen. Ich kann mir aber nicht die Stats der einzelnen Skater ansehen, welcher jetzt gut geeignet ist für Grinden oder so. Na komm, starte! Der ist wohl eingepennt. Vor der Lobby? Dieser Fluffy müsste doch aus sein. Hm. Das ist jetzt aber ärgerlich. Lieber, dass wir die Leute in der Lobby aufmachen und weglaufen. Ah. Dann nicht. Warte, jetzt nicht fünf Jahre. Okay, wir machen am besten. Vielleicht einfach mal schnelles Spiel. Warum nicht? Einfach mal so richtig schnell irgendwo rein. Hotman. Das habe ich gerade freigeschaltet. Ich schnapp dir farbige Pellets so schnell wie möglich. Ich meine, hast du es versucht. Okay, das ist aber glaube ich jetzt Kürbiskopf-Elimination. Ah, der Skate-Bug ist toll. Was hat der denn da für ein Avatar-Vieh? Oh, das kann schwer werden in dem Park. Oh, mein Kopf wird immer größer. Er legt, dass ich natürlich aufs Mauer, weil er nicht springt. Oh, ich konnte die Rail leider nicht mitnehmen. Oh, das wird nix. Warum gibt Gas? Oh. Kann nicht wahr sein. Oh, da ist flügel in meinem Kopf. Ich dachte, der hält das dann, so lange ich den Trick mache. Ja, wenn man sich 5000 Mal aufs Mauer legt, dann geht's wirklich nicht. Das war scheiße. Vielleicht soll ich auch nicht jeden nehmen. Jetzt will er nicht starren. Der wartet wahrscheinlich, bis mehr Leute kommen. Graffiti. Weh dabei. Aber bestimmt nicht als Ork. Gut, dass ich nochmal schnell den Charakter gewechselt hab. Krä, krä. What the? Das war gut. Boah, der war richtig gut. Jetzt fliege ich aufs Maul. Oh, das war gut. 40.000. Boah, wo ist der denn schon überall Land gefahren? Der grindet aber fleißig. Keine Geschwindigkeit drauf. Überhaupt keiner. Guck mal, was wir die Rampe bekommen. Na, das Ding hab ich schon. Ja, shit. Ich muss aufpassen. Der kann jeden Moment zurückkommen. Oh, yeah. Oh, yeah. Ich baue meinen Vorsprung aus. Was ist mit dem Ding hier? Meins. Ah, ich dachte, ich könnte da grinden. Fuck. Ich denke nicht, dass der mich aufholen wird. Naja, voll. 20 zu 11 gewonnen. Graffiti ist cool, das mag ich. 21 zu 10. Aber gerade hab ich mich nur aufs Maul gelegt. Hm, ist der noch nicht gelandet, oder warum macht der nicht weiter? Scheint mir fast so. Ja, meine Güte. Lande doch, oder mach weiter, oder sonst was. Keine Zeit. Und weiter geht's. Kann ich fünf Jahre warten. Gucken, was wir jetzt finden. Beitritt gescheitert. Na, komm. Okay. Downhill Jam. Kein Funscan. Ah, der macht Funscan. Na gut, warum nicht? Scanten wir hier ein bisschen rum. Kommen wir vielleicht ein bisschen nach oben. Oh, yeah. Wow, springt der hoch. Damit hab ich jetzt null gerechnet. Oh, auf der Rail noch gelandet. Der springt verflucht hoch. Oh, yeah. Oh, yeah. Fuck. Oh, fall ich wieder ins Loch. Haben wir die Rail noch mitgenommen. Perfekt. Oh, ja. Das ist geil. Das ist verflucht geil. 75.000. Wow. Wow. Man hat das ja so viele Punkte erreicht. 20.000, nicht schlecht. Man fang auch wieder oben an, würde ich sagen. Boah, der springt wirklich extrem hoch. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ist überhöher als Tony. Oh, yeah. Aber der hat die Combo unterbrochen. Ah, shit. Der hat der auch so einen 360-Flip drauf. Ja. Boah. Hätte ich weiter nach vorne gehen müssen. Wie geht's eigentlich hier lang? Nirgendwo irgendwie. Oh, das hätte mit Schmerzen enden können. Was startet neue Session. Tue das sogar auch. Oh, es startet neue Session. Okay. Vielleicht wechselt er jetzt den Modus. Also, ihn nehme ich nicht nochmal. Bessen. Ja. Kann sich ja mal einer nicht entscheiden. Na ja, immer fangskaten. Warum nicht? Ah ja, der Song ist cool. Ja, genau. Genau. Oh, ja. 26.000. Wow. Oh, ja. Ah, ich hab... Ah, ich hab die Punkte noch bekommen. Okay. So ein Bad. Ja, immer noch. Oh, oh, der hat den Kopf zwischen den Zaun. Tabletop. Ich mag mehr Rampen. Rampen sind toll. Oh, ja, nach 34.000 die schafft. Da ist gar nichts. Ich denke mal, da ist ne Rampe. Oh, den Grind bekommen. Oh, yeah. Das waren ordentlich Punkte. Ich versuch direkt immer den Grindr zu nehmen, damit ich mich nicht hinlege. Schade, dass es hier keinen Wallplant gibt, ehrlich. 79.000, okay. Oh, der hat mich weggerammt. Fuck. Ich weiß nicht, was der für Special Moves hat. Das ist das Problem. Ich kann noch mal die Stellung wechseln. Switchen. Fakey. Die Besten nach vorne, nach vorne. Da ist ja gar nichts. Doch, 360. Kickflip. Oh, der hat irgendwie nichts. Links, links und rechts, rechts. Oh, yeah. Von hier kommt man nicht aufs Dach, ne. Oh, ne. Ich fahre eigentlich aufs Dach. Komm, wieder nicht aufs Dach. Fuck. Ah, shit, ich wollte den Grindr mitnehmen. Nö, nö, nö. Fuck, der ist da. Da geht's natürlich auch. Oh, ja. Oh, ja. Waren wir ja vorhin auch. Waren wir endlich hier wieder weg? Ja, mit der Rampe wahrscheinlich. Kann ich keine Moves nachgucken? Nö, wahrscheinlich so. Voll können wir uns reinziehen. Gibt gar nicht so viele Erfolge in dem Spiel. Oh, ja. 720. Guckt, ob der was nach oben. nach oben hat im Grab. Ja, anscheinend nicht. No Scrap, no Scrap. Bist du mit unten unten. Auch nix. Sehr komisch. Ja, genau so. Okay. 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 Vielen Dank.